hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the binding of isaac und bevor wir jetzt starten muss ich euch erstmal eine nachricht verkünden und zwar wir werden jetzt bald einen neuen auf unseren kanal haben namens leon das ist der letzte dann in unserem kanal kommt wir sind dann sowas wie ein trio also er wird dann so bei dem of isaac weiterführen da ich im moment nicht so viel zeit für das spiel habe und es mir auch ehrlich gesagt nicht so viel spaß macht ja ich muss sagen wir fangen direkt an ja falls ihr euch fragt wie wirklich heißen also ich bin thomas also thomas ist mein spitzname ich hatte eigentlich david wieso ich so genannt werde werde ich euch irgendwann erzählen und der andere kopf der heißt einfach lukas das bei mir spaß ist mit den ganzen leichen ja wenn die mich auch sehen würden wow abstand digga das spiel werde ich vielleicht bei mir ganz langweilig ist spielen ich spiele das ja eigentlich nicht in der freizeit sondern nur für die aufnahme scheiße 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 der steinend sieht irgendwie komisch aus explodieren geil da waren ja zwei herzen drin ist ja richtig lol und zwei bomben like a boss ach die dinge hauen immer ab ne meistens hinterfliegen oder sowas drin glaube ich zumindest ach komm einfach her ganz ehrlich du wirst sowieso sterben dazu ganz ehrlich diese fliegen die geben wir sowas waren auf den sack schon wieder ein halbes leben wegen diesen verloren wollen wir das mal ausprobieren kuchen dankeschön das wollte ich sowieso nicht haben ich gebe kein herz für eine münze aus können wir die auch sprengen springen auch mal weil es so lustig ist und wir haben zwei bomben erhalten like boss jetzt suchen wir in dieser ebene erstmal den goldraum aber schon hier tausende von den viechern die mir auch auf die eier jetzt auch meine kocht naja ne ja jetzt töten wir die kocht naja die ich gerade koche in der küche leck mich doch am arsch ey die bombe wollte ich gar nicht setzen wo eine pülle probieren wir die aus schlecht oder gut schlecht eine snagger the parachute okay die man die machen mehr schaden oder ist ja mega geil was ist für eine silberne münze lol die gibt ja fünf leckere bombe er leckere groß um geht es langsam entgegner nehmen wir mit sowas von weg snorkeln snaggeln ja ich würde mal sagen wir gehen noch dreien nächste duke okay versus monstro ja deswegen habe ich eher selten was ich meistens habe ist pin und im zweiten level dann die missgeburt auf fleiß wer sind eigentlich wenn man es genau nimmt alles missgeburt also jo komm her komm her komm her komm her du schlecht schlecht du bist viel und sie mal die zähne hast du auch mehr zähne kannst du bestimmt nicht mehr essen deswegen blutest du auch aus dem mund du sekelhaft deine mutter mag ich nicht du hast mir weh du schläger typ das ding ist ja schon tot läuft oh mams lipstick das wollte ich schon immer mal haben jetzt gehen wir noch unten die animation haben wir auch schon tausend mal ganz ehrlich und sie gibt ja auch keinen sinn wieso schließt er nicht einfach ab ich meine wenn ich scheißen gehe jetzt irgendwo dann schließe ich auch ab holy water ich finde es immer so lustigend wie die inder das zu sagen mit dem akzent die mag ich holy water naja sagen nicht alle in aber die meisten die haben so ein akzent wenn ich verstehe was ich meine dieses nägel fähigkeit ist ja mal voll choral ach da war eine münze geh rein ja wie viel zeit habe ich denn noch zum aufnehmen circa eine viertel stunde da ich gleich zum tennis muss ich muss nicht aber ich will ich darf doch noch rein ich war da bin ich schon wieder reingelaufen mann 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 ich werde schaffen diese fähigkeit ist echt koral vor koral vor koral vor koral vor koral wieso wieso lächeln die die sind tot wenn ich tot bin lächel ich nicht ich meine die zombies in the walking dead oder resident evil die lächeln ja auch nicht wieso ist das fies so schnell scheiße jetzt haben wir schon zum endboss ja klar goldraum haben wir gefunden neun münzen keinen schlüssel ja das läuft das ding mochte ich auch noch nie einfach nur im kreis laufen ja jetzt perfekt die steine sind wirklich perfekt positioniert diesen satz kann ich nicht mehr hören weil ich ihn schon tausendmal gehört habe ich überspringe zwar jeden jedes mal aber am anfang das höre ich immer das bringt einfach nur noch auf den ausdauer wie weiß ich nicht was und dieses behinderte schritt mich auch so wow hey du müsst viel ich habe vergessen das ding über steine fliegen kann man kann nicht fliegen das hast du flügel oder was stirb einfach deine mutter mag ich nicht barm junge lunch was ist das denn ja jetzt gehen wir in the cave swan ich will nur einmal zur mutter kommen nur einmal nur einmal nur einmal vorhanden wieso ist als der kanal kasten kiste weiß ich dass ich würde die da so gerne nur drin lassen hätten wir vier bomben können wir die alle weg springen aber nein die laufen jetzt alle hinterher weil die hobby los sind wie sonst was junge 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 das war mal atomexplosion so nein ich hasse fliegen ich hasse sie so sehr also alle fliegen gehen mir sowas von auf die eier das kann man sich gar nicht vorstellen jetzt habe ich nur noch ein leben und ich sterbe gleich 100 pro mhm was sind das denn was sind das denn oh god man das ist so eine wie lange nehme ich schon auf paar minuten ob das reicht ähm es ist erst ja komm einer geht noch einer geht noch rein we play ja da 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 dumm da dumm da dumm da dumm da dumm Junge spring doch einfach zu mir wieso tut ihr mir nicht den gefallen muss ich extra zu euch laufen ja boom komm her du kopfloses ding ach ich bin so ein spass ich hab noch nicht nein fliege na genau nee ey die geben mir sowas von auf die eier das kann man sich gar nicht vorstellen los jetzt mit meinen skill fähigkeiten du 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 ja gehen wir weiter und suchen jetzt einen schlüssel damit ich das nicht umsonst weggesprengt habe komm fliege kommt 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 schlecht nein ich bin ich hier der hier der schlecht ist da man ich muss heute noch eine anfrage bei nintendo schicken das vergesse ich immer täglich da ich jetzt place of the wii nächstes monat machen will ich weiß nicht ob man da die lizenz braucht aber ich bin echt so behindert im kopf ich laufe ins feuer rein ja logic hier wii ja jetzt kommt sie missgeburter fleiß woher ist es kanne wir hier ne das ding hatten wir doch schon mal ne ja ja das hat mich schon mal ich bin Larry, Larry, Larry Junior. Larry, Larry Junior. Larry, Larry. Larry Junior. Larry, Larry Junior. Scheißhaufen, noch ein Scheißhaufen, noch ein Scheißhaufen. Die Scheißhaufen nerven. Larry, 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 Larry Junior. Larry, Larry, Larry Junior. Boah, Alter. Meine Kommentare haben heute wieder so viel Niveau, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Oh, das war knapp, das ist echt knapp. Alter, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ja, verdammt, ey. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.